Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wusste ich, dass wir alles hinter uns lassen würden? Was hast du getan? Alles, was richtig war, war weg. Den Leuten hier geht's beschissen, Deak. Finde sein Versteck und bring alles zu mir. Zu mir, Deak. Und danach? Tja, dann tun wir was für dich. Deak, Deak, hey Mann! Und ich weiß genau, was er für einer ist. Was er getan hat. Bist du etwa unschuldig? Der Ricky? Und was ist mit mir? Du hast Angst, hier zu sein. Du hast Angst, ein Teil von etwas zu sein. Wir brauchen dich und das macht dir höllische Angst. Wir müssen aufeinander aufpassen, denn mehr haben wir nicht. Ihr hättet ein paar Leben retten können. Wir hatten weder Hoffnung noch Zeit noch Platz, okay? Hey, die Leute gingen sich schon an den Hals, als die Horden kamen. Einladen! Komm, komm, los jetzt! Los! Ich hoffe, du hast recht, Deak. Aber frag dich mal selbst. Ist das noch wichtig, wenn alle anderen tot sind? Ich hoffe, du hast recht, Deak.